Musik 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 Power Position Jetzt holen wir uns auf den Rennsieg Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Vergiss den Boxenstoff nicht! Dein Hintermann hat neure Reifen als du. Behalt ihn im Auge! Untertitelung. BR 2018 Achte beim Rausfahren auf den Verkehr. Wir haben dir einen Satz der härteren Reifen gegeben. Du hast noch zwei Stopp. Noch zwei Stopp. Flutil ist der nächste. Liege ihn dir für ein Überholmanöver zurecht. Heiko liegt vier Plätze voraus. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Zurückzeit sind ziemlich viele Autos an der Box. Du musst mit viel Betrieb am Boxenausgang rechnen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Weber liegt fünf Sekunden hinter dir. We'll be right back. Riede aus, als er wohl bei demnächst zum Bostelstab kommt. Weaver liegt fünf Sekunden hinter dir. Riede aus, als er wohl bei demnächst zum Bostelstab. Riede aus, als er wohl bei demnächst zum Bostelstab. Riede aus, als er wohl bei demnächst zum Bostelstab. Riede aus, als er wohl bei demnächst zum Bostelstab. Riede aus, als er wohl bei demnächst zum Bostelstab. Riede aus, als er wohl bei demnächst zum Bostelstab. Riede aus, als er wohl bei demnächst zum Bostelstab. Riede aus, als er wohl bei demnächst zum Bostelstab. Riede aus, als er wohl bei demnächst zum Bostelstab. 6-4-1 Untertitelung des ZDF, 2020 Weber liegt fünf Sekunden hinter dir. Dein Hintermann hat deutlich neue Bereisen als du. Wir müssen versuchen, die Lücke konstant zu halten. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Die Lücke zu schließen. Weber liegt fünf Sekunden hinter dir. Die Lücke zu schließen. Die Boxen-Crew erwartet dich am Ende dieser Runde. Boxen-Stop diese Runde. Boxen-Stop 10 Sekunden hinter dir. Das sind die Lücke, die Creamyussion hörts. So, dass Thingnotisch vorbei ist. Was war die Lücke? Wenn du denkst, bin ich fest?! Schnell immer auf, Schnell! Machado! Bleibi die Glaston! Schnell, also Over Drei Sekunden Vorsprung auf das nächste Auto. Drei Sekunden. Drei Sekunden. Drei Sekunden. Drei Sekunden. Verkehr am Boxenaufgang. Sei vorsichtig, wenn Du auf die Strecke fährst. Drei Sekunden. Du bist auf Hafenreise. Noch ein Bach zusammen. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Der Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Niko ist an die Box gefahren. Niko ist an der Box. 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 Niko ist an der Box.